Die Böse ist ein Wölfe der Erde. Die Böse ist ein Wölfe der Erde. Deswegen ist er so gut mit den Erde. Mein Gott. Das war super toll. Das sieht schon eher nach dem Boden aus. Oh, das ist direkt mal. Das sieht schon eher nach dem Boden aus. Wir sind direkt runter. Ich sehe nichts mehr. Was? War langsam. War langsam. Aber schon langsam. Boah, guck mal die Tropfen von oben an. Schön. Wir müssen mal euer Licht anmachen. Die haben nur tagfahrlich. Jetzt. Was? Was? Was hast du gesagt? Jetzt brauche ich dich. Nicht weil du dich nicht. Mann, ich試che nicht, Das war mehr so πά, Aber jetzt war es marz II. Was ist die Böse?